Ich mache jetzt einen Short. Ich habe nämlich etwas gekriegt, was ich schon lange haben wollte, nämlich dieses feine Teil hier. Magnet, richtig schön fest und Loch und hält auf ein Glas und zack, für Kerzen, die nicht an sind. Womit? Wird durch die Schwerkraft gehalten, oder wie? Nein, es ist magnetisch, habe ich doch gesagt. Sie sagen, so machen wir das schon. So, demonstriert man das. Schaut her. Ja, super, super, genau, so gehört das, richtig, so geht das. Ja, du hast so recht. Genau, okay. Endlich mal. Endlich mal.